die grafik gefällt mir wirklich sehr gut also der arzt teil werde ich müde das zu betonen hat sich jemand sehr sehr viel mühe gegeben also ein simpler charakter sehr viel charme er braucht manchmal nicht aus manchmal nicht dann sollte jemand mal wieder ein bad nehmen habe ich das was war sie so ein suicide bomber Oh Gott, ich dachte gerade wirklich, der explodiert schon wieder. Ah, schon wieder. Ja. 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 Nicht sehr, nicht sehr nett von mir. Einfach mal die Lampe zu kaputt zu hauen. Ja. 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 mit mir Wow ja genau was soll das denn hier rieche betrug ich habe ein extra ausgewickelt ich denke ja 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 Und die ich mir gerade stelle zumindest, das ist die Frage, ne Frage der Fragen. Hallo. Ah, hallo, da. I'm down to explore these beautiful old ruins. Don't mind me. I have fondness for exploring myself, getting lost and finding your way again is a pleasure like no other. We are exquisitely lucky, you and I. I'm a catagraver by trade and I'm working on mapping this area right now. Would you like to buy a copy of my work so far? Warum nicht? A bit of a good amount, huh? The map can be a useful thing, but it alone won't show you where you are if you are not in the head for directions. I suggest purchasing a compass from my wife, Iselda. She is now opening our new map shop in Dirtmouth. all sorts of useful things to wanderers like use. Even sell some of my old maps from time to time. Back to see her whenever I finish my being an area. She's over blah blah blah. Und the map can be a bit more. Okay. All right. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go. Okay. erst mal bin ich denn gerade hier auf diesen okay oh gosh ich habe schon gesehen dass ich nicht mehr springen kann da lande ich bin ich bin ich bin oh come on ich werde mal aufladen du dämliches dreck wie ich die habe ich nicht gesehen offiziell ein blindfisch so so stray from the white king's rose shall face the law of und also noch mal also stray from the white king's rose shall face the law of wenn ich einen anderen weg nehme offiziellen an etwa einen boss gegner einen geheimen der länge alle glühwöhmchen mal hätte man ist ja ich wusste dass er so ein viech ist haben wir schon zu sehr geschenkt hier weil sie ja woran man die dinge erkennt sehr schwer zu erkennen aber ich glaube man kann sie erkennen kann ich nicht mehr als 1000 haben ist es gerade nur zufäll oh Gott ich kann mich gar nicht heilen oh Gott das ist ja eine coole Idee nevermind ist auch kein Limit okay ich kann ja auch schlagen ich muss gar nicht so jetzt habe ich mich wieder zu sehr erschreckt folge dieser mysteriösen dame mal weiter kudol kudol ich glaube ich habe tatsächlich noch einen neuen waypoint gewonnen teleporten reisen doch nicht ich dachte ich habe es an für einen moment hier wieder den express nehmen können von Ort zu Ort zu reisen dauert es noch eine Weile ich hätte gerne mal wieder nen boss Gegner Lächste nach Blut. Boah, hier gibt es ja nicht so viel Blut in dem Spiel.